Jetzt kommt es. Wie geil. Ich habe gerade einen Creeper gekillt, dann kam nur WTF. Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft K. Elum. Heute mit dem Lunese HD und dem Sevi 19. Wir joinen. Ach man. Der Bus. Connection Troubled. Ich bin direkt draufgekommen. Ich nicht. Was soll denn der Scheiß? Ah, jetzt kommt es. So, damit dauert es noch eine Weile. Jetzt, ich sehe schon. Ach, ich bin ja hier auf der fucking Scheiße. So, jetzt muss ich erst mal gucken, was ich hier noch machen muss. Hallo, Queeper. Ja. Relavowes Haus ist sowas von nicht ausgeleuchtet auf dem Dach. Bei denen spawnen die ganzen Monster. Oh, wie gefällt dir der Soundtrack jetzt? Ich habe auch noch nichts gehört. So, einmal hier zumachen. Und das und das und das. Da steht ein Zombie. Ja, Leute, nicht wundern wegen dem DAPT-Timer-Nachricht. Das ist ein neues Plug-in, was ich draufgekommen habe. Okay, okay, okay. Das wird noch von mir und mir die... Leute, hier ist ein Schwein. Ja, dann weißt du ja, was das heißt, ne? Du hast sieben Tage Glück. Ja, wir haben nur ein Schwein. Ja. Mit was kann man das nochmal locken? Rottenfleisch? Mit einer Karotte. Echt? Also ist das Schwein, so gesagt, auch aus dem Holzberg rausgegangen? Okay, mit einer Karotte. Ne, da ist eine Kuh drin. Ja, die habe ich wieder besprochen, weil wir hatten ja keine Kuh. Also ist das jetzt eigentlich wirklich so, wie ich es mir dachte, aus Platzmangel. Nein, bleibt drin. Aus Platzmangel drücken die sich aus dem Holzberg raus. Oh, ich muss niesen. Oh. Oh, la. Entschuldigung. Komm, Schweinchen. Schweinchen, Schweinchen. Ist auch, ihr seid nicht alle von der Stühle gefallen? Schönheit. Schönheit, sage ich da nur. Schönheit. Gesund bist ja. Hey. Oh, bestialisch. Ist doch alles nur lieb gemeint. Ja, ist klar. Ich? Ja. Kennst du mich doch? Ich bin die liebvollste Person der Welt. Ich weiß, ich kenne dich nicht. Also. Aber ja, doch, die noch. Außer kann das Flugaufjekt, sage ich nur. Oh, ja. Und auch Glas drin. Jetzt müssen wir uns erstmal hier auf. Gleich. Gleich wir uns. Boom. Eisen. Damit wir nicht unbe... Oh, da ist ne Hexe. Ach nö, ne Bitch. Ne Bitch. Dann mach ich mir aus meiner Eisenart, damit ich... Oh, schau mal nach dem Skeletten. Also ich hab das Soundpack mal reingehauen, aber bisher ist noch alles gleich. Bei mir funktioniert's. Da sind zwei verfickte Hexen. Hast du die, 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 die... Wie heißt's hier nochmal? Die Meta-Enf-Datei entfernt, oder? Ne, brauchte ich nicht. Ich hab's einfach in den Texturenordner reingehauen. Ja, hab ich ja auch. Aber da ist nicht gut. Da ist nicht gut. Da ist nicht gut. Die Hexe hat die Hexe vorhandel noch einen Haltrand getroppt, aber egal. Oh, da ist ins Blatt. Ich guck grad mal. Oh, wo ist Frau? Oh, mein Weizen ist gewachsen. Also bei irgendeinem Halt. Ähm, wir machen erst mal das Feld aktuell. So. Weil kann ja nicht Sinn, dass wir zwar ein schönes Feld haben, aber keine Nachung. Mit Winger öffnen. Oh. Mal gucken. Ja, okay. Normalerweise müssen sie passen. Ah, vielleicht hast du das auch... Ja, vielleicht sollten wir es mal so machen. Vielleicht funktioniert es dann. Jetzt klingt es nämlich schon mal anders. Wir werden aber hier... Hier sind die Karotten. Karotten. Das Piggy habe ich schon mal eingesperrt, gell. Jo, perfekt. Ähm, ich wollte ein... Da machen wir uns jetzt erst mal ein großes Kartoffelfeld, weil wir werden uns sowieso nur aus Kartoffeln ernähren. Kartoffeln. Kartoffeln, wir sind Deutsche. Ja. Genau, wir sind Deutsche, wir essen nur Kartoffeln. Ja. Ja. Also... Wie rassistisch ihr seid, hee. Sind die rassistisch? Alter! Auch ein Lembo hat Mitmieter, das ist so geil. Ja, die zahlen keinen Cent. Wie meine Nachbarn. Wir hatten die Monsterform offen gelassen. Ich habe es zugemacht. Ja, aber die Kion sind doch offen. Echt? Echt, kam bei mir noch nicht. Ha? Kam bei mir noch nicht. Bleib mal bei mir. Gucken wir was, das gibt es nicht, dass wir jetzt auch dran müssen. Ich muss gerade mal... Ja... Mach einen dunklen Raum, dann hörst du es. Du hast auch die Skelette, die so komische Geräusche von sich geben. Ja, das ist so ein Klackern, gell? Ja, merkwürdig. Ne, ein Kloppen. So ein Klopp-Klopp. Oder so, irgendwie. Ich geh mal dahinter da, das Zeichen-Creeper. Ich mach mal jetzt aus meinem Bett. Es muss schon irgendwie verrückt sein, nach Creeper zu suchen. Ja, klingt auf jeden Fall mal anders. Ein Creeper ist gerade bei der Monsterform. Ja, ich weiß, ich habe es gerade gesehen. Hier ist auch einer. Ich habe gerade einen Creeper gekillt, dann kam nur... WTF? Voll geil. Oh, nice. Ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. BTF. Halt die Fresse, du blöde Kuh. Also, damit war jetzt wirklich die Kuh gemeint, gell? What the fuck? So, ich mach mir jetzt erstmal mein schönes Bett, damit ich auch mal hier in mein Haus spawne und nicht immer... ...general am Spawn. Stimmt, da könnt ihr ja auch mal reinlegen. Wer ist denn eigentlich das alte Kompustor-Generator? Also, ich lieg im Bett, Benno. Derjenige, der einen neuen Kompustor-Generator gebaut hat. Ich hab doch kein Behoff-T-Shirt, also bitte. Vielleicht ja doch. Ja. Oder? Ja. Aber vor allen Dingen... Ich muss ja sowieso... ...noch mal... ...mein Haus erweitern, ne? Ich auch. Also nach oben, weil Motti hat sein Haus auf meiner Höhe, Relampo kommt auch dran. Hm. Und ich als Projektleiter muss natürlich das höchste Haus haben. Jo, Rina, ess mal eine Karotte oder sowas. Hört sich auch total geil an. Marte? Klingt irgendwie nach mir. Dann macht das ja. So, einmal das. Und das. Jetzt haben wir noch nicht. Spitzhack. Die Agreste, ne Spitzhacke. Spitzhack. Und ne Schwert. Wow! Warte. Du Drecksack du Feuer, du Elendiger Ey Schwöch, reißt das Haus bald ab? Warum? Weil da immer wieder Viecher kommen Ich wollte dich gerade töten 45% Health Ich wollte dich gerade töten, Alter Ich hatte dich für ein Zombie gehalten Sehe ich so schlimm aus? Ja Wenn man schon so fragt Ja gut, dort könnt ihr mal wieder gestürzt werden, aber Ja gut, hab ich gesagt, dass ich schön bin? Na gut, das hab ich, aber Hier, Sand Ist das Eisen jetzt aufgesaugt oder ist es in der Lava gefallen? So Ich hab jetzt mal wieder fast einen Stack, der müsste erstmal reichen Halt die Fresse Halt die Fresse Wir brauchen da hinten einen Sevi Ihhh Okay, da hab ich Slaps genommen Okay, da hab ich Slaps genommen Genau Oh Töree, Ordner Töööööööööööööööööiej Schneiße Abgestürzt Nee, Sevi, guck mal wo ich bin. Doch, nett. Ich muss jetzt irgendwie wieder hier rauskommen. Oh, ohne überflugend, bitte. Ach ja, was ich dir sagen wollte, Sevi, du könntest das immer noch ein bisschen verkleiden, ja. Weil das sieht nicht schön aus, wie die Lava einfach so rumverlegt. Äh, fließt. Fließt. Ich bin gerade dabei hier, ja die will sowieso später noch mehr fließen, also noch harmlos. Ich mache ja noch ein paar mehr CubbleStone Generator. Ja, aber es sieht halt ziemlich scheiße aus, wenn man dann zu dir oder zur CubbleStone Fabrik guckt und sieht, dass da auch was schön Lava noch fließt. Einfach noch ein bisschen verkleiden, damit es nicht so hässlich aussieht. Ja. Ja. Ja, aber es ist sowieso mal passenhaft Form. Das nächste Event wird ein Form Event. Genau, wer zuerst 64 Diamanten hat, gewinnt. Oha, wie lange soll die Folge gehen? Warte, ich packe ein bisschen Glück auf, wenn ich bitte, sag ja, dann geht das. Ja. Morgen. Wir sind gerade in der Aufnahme und wir sind nicht im Aufnahme-Channel, stimmt's? Ja. 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 Hm. Oh, das war, ich ziehe jetzt mal in der Aufnahme-Channel. User left your channel. Ja. User was moved out of your channel. You were moved. You were moved. Irgendwie, ich vergesse jetzt, dass jedes Mal, dass wir in der Aufnahme-Channel sind. Yeah. Das ist extra angelegt und trotzdem verpennen wir's. Ja. Ja, egal, das ist ja bei 15 Minuten, 14 Minuten rum, das guckt wie keiner. Ich hab keinen. Weil wenn man alleine auf dem Tal ist, kann man ja doch Lobby bleiben, ne? Ja. Und hoffen, dass jemand joint. Das muss auch auf der anderen Seite, das ist mein ganzes Lapis. Oh, da erweitert jemand sein Haus. Also bei Relembo sehe ich gerade, der hat TNT unter seinem Haus. Echt? Ja, wenn du von hier guckst, wo du mir gerade zugeguckt hast, da ist TNT unter seinem Haus. Bei dir ist auch eine Druckplatte, ist das normal? Ja. Ja. Ja? Bei dir ein Eingang ist auch eine Druckplatte. Äh, da vorne oder da hinten? Da hinten, ja. Die hab ich so gemacht. Okay. Weil ich will die Tür immer automatisiert haben, weil sonst ist es mir zu blöd. Aber bei mir ist auch irgendwas. Ich glaub da hat sich jemand nicht Scherz erlaubt. Hey, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich da mit dem Pfeil hinschieße? Auf was? Auf das TNT. Okay. Gar nichts. Schade. Das Blatt ist nicht drauf. Och man, oh. Das hab ich auch schon geguckt. Das hab ich auch schon gesehen hier. Damit du besser ausleuchten kannst. Oh, ich glaub das ist ne Redstone-Truhe. Oh ne, das lass ich, das lass ich mal. Ah, ich brenne. Brenn, brenn. Ja, da packe ich halt ab. Ähm. Es ist auch ziemlich effizient, dass hier nur eine Stange Zuckerrohr hängt. Ähm. Mal gucken, wie es bei Monstern aussieht. Ich bin... Oh, scheiße, da ist ein Creeper drin. Ja. Alter, ich kann so in die Monsterfallerei ne. Ja. Der an der Ecke ein Creeper. Ich dreh mich um. Ach, Creeper. Und jetzt ist nur noch ein Creeper runtergeflogen. What the fuck? Und ich spawne auf mein Dach. Ja, du hast drauf. Du spawst auf deinem Dach. Warum spawst du auf mein Dach? Das muss ich dann mal mit Mutti. Ganzes Zeug! Mein ganzes Zeug ist weg. Dann wäre ich mir mal dran, wenn ich Mitleid haben soll. Mein ganzes Zeug ist weg. Wie? Ich bin hier in der Monster-Falle getötet worden und mein ganzes Zeug ist weg. Vielleicht hat es der Creeper in die Luft gejagt. Vor allem, warum ist die Monster-Form nicht kaputt? Das ist eine gute Frage. Vielleicht hat Mutti Keep-Adventories an. Nein, ich mache Creeping aus. Wadda laaaat. Da brauche ich einfach Steine, dafür muss ich jetzt einfach noch mal runter. Hey, wollen die mich rollen? Das teste ich aber, ich meine, bei denen sind doch... da ging grad bloß noch BOOM! Ja, also irgendjemand hat sich Spaß erlaubt, weil Mutti unter dem Haus braucht wahrscheinlich auch TNT. Dann ist wahrscheinlich... Guck mal, ob er unter jedem Haus TNT ist. Gibt's oder meint? Weiß, den kann ich ja gar nicht. Ich brauche Wasser. Ich habe ja drei Eimer. Ich habe bei mir noch drunter nicht nachgeguckt. Da guck ich jetzt mal... Nein, bei mir ist nix. Aufnahmezeit ist zu Ende. Bitte unterbrechen Sie Rauchen. Kam bei mir auch gerade. Also, würde ich sagen, leuten wir dann mit die zweite Folge gleich mal ein und wir sagen, bis zum nächsten Mal, bis dahin, tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Gut, tschüss, bis zum nächsten Mal.